In diesem Video wollen wir uns einmal den For-Loop anschauen. Hier unten zählt gerade eine Schleife hoch, bis ein Wert von 10.000 erreicht ist. Ein For-Loop wird oft genutzt, um bestimmte Werte in einer Schleife rauf oder runter zu zählen und wir wollen uns einmal anschauen, wie man das mit MQL5 machen kann. Um das zu tun, klicken Sie bitte im Meta-Trader auf diesen kleinen Button hier oder drücken die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier wählen wir Datei, Neu, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier einmal den Namen Simpler-For-Loop, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb der Untick-Funktion gelöscht werden und auch die zwei Kommentarzeilen werden entfernt. Wir starten damit, dass wir einen Zähler erstellen, der soll zunächst den Wert 1 haben. Es handelt sich um eine Integra-Variable, da wir nur ganzzahlige Werte benötigen. Danach erstellen wir uns noch einen Endwert. In unserem Fall soll der Endwert 10.000 sein. Und in der Untick-Funktion nutzen wir die For-Schleife, um von unserem Startwert bis zu unserem Endwert hochzuzählen. Wenn man diesen Befehl einmal markiert und die F1-Taste drückt, dann lernen wir, dass der Loop-Operator-For aus drei Ausdrücken besteht. Wenn man das vorher noch nie gesehen hat, kann das etwas verwirrend wirken. Aber es ist ganz einfach. Dieser erste Ausdruck hier ist ein Startwert. Im zweiten Teil wird überprüft, ob eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. In unserem Fall möchten wir prüfen, ob der Zähler noch kleiner ist als der Endwert. Und im dritten Teil wird unser Zähler hochgezählt. Dieser Ausdruck Zähler++ bedeutet so viel wie, addiere zu dem aktuellen Zähler den Wert 1 und speichere das Ganze dann in der Zähler-Variable. Und damit wir von unserem For-Loop auch etwas sehen, fügen wir hier in zwei geschweiften Klammern die Anweisung Print hinzu. Die wird uns im Journal einen Wert ausgeben. Zunächst sehen wir den Text, der Zähler ist gleich. Und danach den ermittelten Wert von der aktuellen Zähler-Variable. Das war es auch schon soweit. Wenn Sie das alles haben, können Sie auf Kompilieren klicken. Oder die F7-Taste drücken. Wir bekommen hier zwar eine Warnung, aber für unser einfaches Beispiel soll das so reichen. Und wenn Sie hier keine Fehler haben, dann klicken Sie doch hier oben oder drücken die F4-Taste, um in den Meta-Trader zurückzukehren. Und im Meta-Trader klicken wir auf Ansicht, Strategie-Tester oder wir drücken die Tastenkombinationen STRG und R. Hier wählen wir jetzt die neu erstellte Datei simplerfor-Loop.ex5 aus. Markieren hier die Visualisierungsoption und starten unseren Test. Und hier sehen wir auch schon, dass unser Zähler hochgezählt wird. Der aktuelle Wert wird jeweils um 1 erhöht. Und bei 9999 hört das Ganze hier auf. Soweit so gut. Man kann aber mit dem Vor-Loop nicht nur rauf, sondern auch runter zählen. Wir vergeben hier mal für den Zähler den Wert 10.000. Und der Endwert soll 1 sein. Und von unserem Zählerwert 10.000 möchten wir gerne so lange herunterzählen, wie der Zähler größer ist als unser Endwert. Und wir ziehen jedes Mal den Wert 1 ab, kompilieren wir das nochmal, wechseln wieder in den Meta-Trader und starten einen neuen Test. Dann sehen wir, diesmal wird heruntergezählt von 9999 so lange, bis unser Endwert erreicht ist. In unserem Fall war das 1. Die Schleife hört hier bei 2 auf, Ausgaben zu tätigen. Um das zu ändern, könnten wir auch sagen, Zähler größer oder gleich Endwert. Kompilieren wir das nochmal. Und lassen das erneut durchlaufen. Dann zählt unsere Schleife diesmal auch bis 1 herunter. Es gibt noch eine Besonderheit. Es ist nämlich auch möglich, andere Werte als 1 hier anzugeben. Zum Beispiel 10. Kompilieren wir zum letzten Mal. Starten einen neuen Test. Dann wird unsere Schleife hier deutlich schneller heruntergezählt, denn wir haben einen Abstand von jeweils 10 dazwischen. Und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie mit Hilfe der Vorschleife Werte rauf- oder runterzählen können, bis eine bestimmte Bedingung erreicht ist. Und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5. Das haben wir jetzt schon gemacht. Vielen Dank.